So, weiter geht's. Nö, hab ich nicht. Hier, wann? Ja, die Pieren oder so, die dann auf der Wand da waren. Also es waren hier vier und da hinten vier. Ach da, hier. So, was machen wir jetzt? Ich muss jetzt hier mal kurz abschimmeln. Meine auch, in Ruhe. Wow, was war denn das? Ich bin durchgesprungen, hast du das gesehen? Da kam plötzlich so ein Gasflaschenmännchen auf mich drauf zugerannt. Alter. Schieß doch gleich schon wieder, ich seh das doch. Hm? Du würdest doch gleich schon wieder schießen, hab ich gesagt, ich seh das doch. Nein, nein, ich hab nur gezoomt. Mit der Waffe, ob mich irgendwo und spawnen sind. Seh hier. Seh hier. Der Pumantan kommt von oben. Boah, der kommt da hoch, guck dir das an. Mist, der Mungo. Ich hab Blut hier auch verlieren. Hm? Ich hab hier Blut die verlieren. Ich guck mal links rüber, ob da jetzt was gespawnt ist schon. Okay, okay. Du heilige Scheiße, ne, da geh ich lieber nicht rein. Mit dem Haus stehen 20 Zombies. Haha. Ich kann mich selbst reporten? Das ist mein Scheiß. Ich kann mich sogar selbst kicken. Haha, cool. Das ist selber Penis. Trotzdem bekloppt. Oh jee. Kabuum. Brr. 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 Du willst schon wieder schießen. Ja, ich hab schon ein bisschen das verlangt. Das war gar nicht mal so schlecht. Ich hab meine ganze Munition verballert in der Waffe und hab's jetzt wieder. Da kommst du schon wieder angerannt. Aber da kommst du nicht hoch. So schlau sind sie noch nicht. Na, Gott sei Dank. Sie können sich nicht entscheiden, wo sie hinrenken. Sieht so witzig aus. Die ist abgehend. Oh, einen hast du hinter dir. Ja, also ganz ehrlich... Ja? Versteh ich nicht. Das versteh ich auch nicht, wenn du das nicht verstehst. Wir müssen jetzt hier einfach warten bis mal was spawnt, wenn jetzt in 10 Minuten noch nix gespawnt ist, dann müssen wir weiterlaufen. Warte mal. Oh Gott, auf die Uhr. Oh scheiße, ich hab nix mehr zu fressen. Ich hab auch nix mehr. Du hast nix mehr zu fressen? Gar nix mehr? Nein. Nur ein Chip? Nein. Ein Chip? Nein. Denk mal, ohne Scheiß, in so ner Zombie-Apriclec-Tip würd ich sogar, äh, Ding fressen. Dein eigenes Fuß essen? Nee, aber abgelaufenes Essen oder so? Klar, ob du nun von Zombie aufgefressen wirst oder abgelaufenes Essen ist ja nicht gleich schlecht. Also, nicht gleich. Ich will nur nix mehr wegkratzen von dem Brot. Oder so. Das ist ästliche Mongo-Logik, was hier herrscht grad. Warum kommt hier nix? Vor allem die Zombies spawnen ja auch immer wieder neu. Guck, die hab ich alle schon gemacht da am Tunnel. Ja, die sind alle wieder da. Hier kommt's auch so vor, als wir würden das mehr wären. Da die da drüben hab ich auch schon mal alle gemacht. Sind auch wieder alle da. Haltest du keine Augen mit der Maske, warte mal. Die Runde tupst? Ne, schwarze. Ne, schwarze. Schwarz wie deine Säle. Die Runde tupst? Loggen wir uns mal kurz aus hier. Freiwillig. Und nochmal ein. Okay. So. Was denn? Schießt du jetzt mit deinem ganzen Muni? Schießt du jetzt mit deinem ganzen Muni? Schießt du jetzt mit deinem ganzen Muni? Von den ganzen Watten? Ne, ich hab's schon noch jetzt. Jetzt hab ich noch. Äh, 6 und so hat nicht Schluss. Das ist safe sein. Schon in Ordnung. Ach so. Also hier hab ich alles freigeschossen, ne? Ja. Weißt du für was? Nein. Für nichts. Krass. Kommt drei von rechts. Jetzt sind hier nur zwei der andere. Irgendwo. Einer von links. Einer von hinter dir. Zwei von hinter dir. Genau für sowas brauch ich dich, weißt du? Take this money. Ja. Aber erst wenn ich safe bin. Kommt aus dem Penis. Und jetzt kommen sie aller... nein, nur einer noch. Süß. Also wenn ich könnte, wie ich wollte, würde ich mich jetzt in den Panzerwagen da unten setzen und die ganzen Zoll mich überrollen. Mhm. Das wär wahrscheinlich ein neisser Tick-Tack. Ja. So mit Dauerfeuer-Ungeheuer. So wie im Battlefield. Genau. Bei den Hambi-Sätzen. Ist echt gar nichts. Schlecht. Ja. Kann aber irgendwas nicht stimmen. So jetzt... jetzt... jetzt brauche ich aber deine Hilfe. Ich seh dich nicht. Ja, gleich brauch ich deine Hilfe. Ich mach jetzt wieder den Penisturm. Und dann nochmal den Tunnel. Weil der Tunnel, da kann wirklich was Gutes auch mal liegen. Wenn. Ich glaub da jetzt noch nicht so richtig dran. Glaub ich. Haha, schön. Ja. Also entweder... Ich mach dann wieder einen Lockvogel oben rechts, ne? Ja. Du musst mir ja wieder sagen, wann sie kommen, wo sie kommen und wie sie kommen. Warum sie kommen. Warum. Klingt gleich irgendwie low auf dem Essen. Äh, kannst du auch mal nicht... nichts geben. Das geht doch gar nicht. Vor dir ist einer. Ja. Der guckt auch irgendwie... ...gerümpelig aus der Wäsche hier. Weil der war ganz schön... Der war ganz schön flink unterwegs. Wie er nach links und nach rechts geschwenkt hat, oder was? Nö, das sah gar nicht schnell aus. Von unten kommt noch einer hoch. Ja, ich hab's gesehen. Soll mal kommen. Irgendwann dann mal. Jetzt. Wie das aussieht. Hey, aus oben. Oh, wenn da runterfällt's. Alter. Passiert mir gar nichts. Das war auch nicht normal. Jetzt kommen sich wieder alle angerannt. Hast du ja auch noch so viel Schuss? Das ist so dumm, wie die alle vorbei rennen. Was machst du jetzt? Jetzt hast du überfordert. Jetzt rennen sie wieder runter. Nein. Ach du Scheiße. Na klar. Oder? Ja, sie kommen wieder runtergerannt. Er schießt sie. Na super. Er schießt sie. Weißt du für was ich das gemacht hab? Nee. Für gar nichts. Echt? Schon wieder? Ist auch nicht normal. Wie kommen denn da noch? Ja. Ich kann ja auch alle erst mal zur Familie laufen. Ja. Mach das. Die kommen ja nicht da hoch. Aber ja, warte. Muss nicht mehr schießen. Muss nicht mehr schießen. Wie viel Munition hast du noch? Sechs Schuss. Fall zu dir. Sechs Schuss. Ja. Wir wieder hoch. Ja. Ich glaub alle dahin gerannt. Bleib... Nee, nicht rennen. Die kommen ja alle wieder runter. Und du da... Ja, ja. Die sollen ja auch weggehen von da. Alter, wie viel die da kommen. Soll ich nochmal schießen? Nee. Nee, nee. Du musst mir wahrscheinlich jetzt den Eingang gleich freischießen. Weil ich denke alle sind noch nicht da, oder? Nee. Gut, nee. Passt schon. Passt schon. Bin gleich bei dir safe. Ich weiß nicht wie viele unter mir jetzt sind. Scheiße, da sind ja auch noch welche. Naja, deswegen ja. Hoch. Nein, nein. Du musst mitkommen mit mir. Ich? Warum? Oh du Scheiße. Ja. Ja, weil wir hier jetzt weggehen. Hier, musst du runter springen. Wo runter? Ja. Hast du Angst? Musst du nicht. Wie soll ich da jetzt hin? Zu mir. Ich komme ja nicht mehr entlang. Doch, kommst du. Nee. Weißt du wie viele Leute hier sind? Wenn ich jetzt hier runter springe? Ja. Ähm. Warte. Ich hab noch einen Schuss. Warte, ich mach's mal anders. So. So. Ein Fall unter dir. Da, wo du grad warst. Da, wo du grad warst. Da, vor allem wo bist du. Danke. Soll ich's tun? Ja. Ja, aber wenn du stirbst, hole ich deinen Lut schon. Und jetzt sprinten, sprinten. Überspringen. Hopp. Den stehen lassen, stehen lassen, laufen. Ja. Spring. Laufen und springen, damit du hier hochkommst. Da kommen sie nämlich nicht hoch. Und safe bist du. Ja. Eine Action, ne? Alter. Das war immer die Wetterstation, da gibt's Essen. Ich brauch' Essen. Ah ja, ich hab' alle Waffen sind leer von mir. Ach du Scheiße. Muss man einen haben? Nee, nee. Essen. Jaaaa. Aber das war doch eine coole Aktion eigentlich, oder? Hat sich zwar nicht gelohnt, aber es war lustig. Das stimmt. Fühl dir alle immer noch da unten. Da rumjumpen. Alter. Was ist das? Bisschen übertrieben, ja. Hahaha. Was sind die jetzt alle hergeholt? Hahaha. Gehst jetzt hier mit deinen, mit deinen, mit deinen Skischülern hier. Jetzt pass auf. Jetzt pass auf. Siehst du das? Hier bleiben sie stehen. Ja. Hahaha. Hä? Oh, wir denken. Oh, Alter, wie die, wie die fliehen. Hahaha. Oh je. Und nun? Das hast du deine, 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 deine Schüche umgefordert. Keine Muni mehr, ha? Hahaha. Jaaa. Hahaha. Und jetzt bricht die Verzweiflung aus. Ach, schön. Aber wer hat die Schlittenfahrt jetzt beendet? Das waren aber echt viele hier, ne? Jaaa. Es sind aber noch mal so viele hier. Pass auf. Schön. Die holst jetzt auch alle nochmal. Ja. Weil du keine Muni mehr hast. Das verstehe ich nicht. Wie das aussieht. Er kommt zwar allein hoch und da ist die ganzen Zombies hinterher geschlurft. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh, ja. Oh, ja.